Verleger stellen Bedingungen für Kooperation mit ARD und ZDF. Bericht über die Bedingungen der Verleger für die Kooperation mit ARD und ZDF. Bericht über die Bedingungen der Verleger für die Kooperation mit ARD und ZDF. In den letzten Monaten haben sich die Diskussionen um die Kooperation zwischen Verlegern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF verstärkt. Die Verleger sind insbesondere mit den Bedingungen der Zusammenarbeit nicht einverstanden und haben spezifische Forderungen formuliert. Dieser Bericht beleuchtet die wichtigsten Aspekte und den aktuellen Stand der Verhandlungen. Die Kernfrage, um die es geht, ist, inwieweit die öffentlich-rechtlichen Sender Inhalte auf ihren Online-Plattformen bereitstellen dürfen. Die Verleger kritisieren, dass ARD und ZDF zunehmend mit den Angeboten der privaten Verlage konkurrieren, insbesondere im Bereich der Online-Nachrichten und Magazine. Ein bedeutender Vorwurf lautet, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit ihren gebührenfinanzierten Inhalten den Wettbewerb verzerren. Ein zentraler Aspekt der Forderungen der Verleger ist die Begrenzung der Textlängen von Online-Beiträgen bei ARD und ZDF. Die Verleger argumentieren, dass lange Texte und tiefgehende Analysen auf den Webseiten der öffentlich-rechtlichen Sender ihre eigenen Angebote stark beeinträchtigen. Viele Verleger sehen hier nicht nur eine Wettbewerbsverzerrung, sondern auch eine Gefährdung ihrer Geschäftsmodelle. Axel Springer und Süddeutsche Zeitung gehören zu den prominentesten Stimmen in dieser Debatte. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV hat sich ebenfalls klar positioniert. In einer Stellungnahme betonte der Verband, dass die Vielzahl an Texten und multimedialen Inhalten von ARD und ZDF im Internet den Verlegern signifikante Marktanteile abnimmt. Der BDZV fordert daher eine strikte Limitierung der Textumfänge und eine klare Abgrenzung der Inhalte. Die Rundfunkanstalten hingegen argumentieren, dass sie durch ihre Webangebote einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. Gerade in Zeiten, in denen Falschinformationen schnell verbreitet werden können, sehen ARD und ZDF ihre Aufgabe darin, verlässliche und qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie betonen, dass ihre Angebote durch den Rundfunkbeitrag finanziert und somit im Sinne der Allgemeinheit sind. Eine weitere Forderung der Verleger betrifft die Kooperationen mit Drittanbietern. Verleger möchten, dass ARD und ZDF nur in sehr begrenztem Umfang Partnerschaften mit externen Dienstleistern eingehen, um sicherzustellen, dass keine marktverzerrenden Allianzen entstehen. Ziel ist es, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, der die wirtschaftliche Grundlage der Verlage erhält. Um diese Ziele zu erreichen, haben die Verleger vorgeschlagen, dass es eine unabhängige Überwachungsinstanz geben sollte, die die Einhaltung der neuen Regelungen kontrolliert. Diese Instanz könnte beispielsweise aus Vertretern der Medienanstalten, der Verleger und der Rundfunkanstalten bestehen und bei Verstößen entsprechende Maßnahmen einleiten. Der Diskurs hat auch die Politik auf den Plan gerufen. Mehrere Bundesländer haben bereits signalisiert, dass sie eine Anpassung der geltenden Regeln im Rundfunkstaatsvertrag unterstützen könnten. Sie sind sich bewusst, dass eine Lösung gefunden werden muss, die den Interessen aller beteiligten Seiten gerecht wird. Dies umfasst sowohl die Sicherstellung eines unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus durch die öffentlich-rechtlichen, als auch die Wettbewerbsfähigkeit der privaten Verlage. Einige Politiker argumentieren, dass der digitale Raum nicht den gleichen Regularien unterworfen werden könne wie traditionelle Medien. Es müsse neue Ansätze geben, die auf die spezifischen Herausforderungen der Digitalisierung eingehen. Mehrere Experten und Gutachten wurden bereits in Auftrag gegeben, um die Situation umfassend zu analysieren und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Zusammengefasst zeigt sich, dass die Frage der Kooperation zwischen Verlegern und den öffentlich-rechtlichen Sendern komplex ist und viele verschiedene Interessen berührt. Es bleibt abzuwarten, welcher Konsens letztlich gefunden wird und welche neuen Regelungen eingeführt werden. Sicher ist jedoch, dass beide Seiten daran interessiert sind, einen fairen und nachhaltigen Medienmarkt zu erhalten. Quellen Süddeutsche Zeitung, Zoff um Online-Inhalte. Was Verlage von den Öffentlich-Rechtlichen fordern. 3. April 2022. Axel Springer, Wettbewerbsverzerrung durch ARD und ZDF beenden. Pressemitteilung vom 28. März 2022. BDZV, Stellungnahme zur Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. März 2022, Tagesschau.de. Politik und Medien diskutieren über neue Regeln im Rundfunkstaatsvertrag. 15. März 2022. Anita Farke, Dienstag, 4. Juni, 24.